In diesem Film lernen Sie die Tabellenformatvorlagen kennen und erfahren, wie Sie eine komplette Tabelle ohne Markieren mit einem einzigen Klick formatieren können. Die Tabellenformatvorlagen stecken im Register Entwurf der Tabellentools. Hier sehen Sie eine kleine Auswahl. Für eine Vorschau zeigen Sie auf ein Symbol. Mit einem Klick weisen Sie die Vorlage der Tabelle zu. Ein Klick auf dieses Symbol öffnet die Vorlagenliste. Das Prinzip Zeigen für Vorschau, Klicken zum Zuweisen funktioniert auch hier. Leider verdeckt das Dialogfenster meistens einen Teil der Tabelle. Untertitelung des ZDF für funk, 2017